Ich habe gerade was im Gleitschimpflug verpasst, verkackt, du musst den Helis halten. Ich guck, bis ich den hier mal ein bisschen pushe. Jawohl, bis der erste, gut job. Jawohl. Ich habe sogar noch einen Assist bekommen, weil ich ihm noch zwei mit der Pistol gedrückt habe. Nice. Oh, da ist neben einer Metallturm. Hier ist noch eine Muni-Box, Sams, bei mir. Ja. Maxi-G. Metallturm. Triffst du den? Nee. Ist der noch dünn? Shit, aber er trifft mich. Ja, ja. Ja. Ah, ich kann da nicht durchschießen. Jetzt hab ich ihn in der SKOS. Gehst du rüber und machst ihn kalt, oder? Ja, ja. Ich flieg, glaube ich, hin. Ah, würde ich mit dem Schirm machen. Ah, gut. Ich providee Overwatch. Ja. Oh, hab ihn erwischt von hier. Sorry. Okay. Okay. Ich habe so einen Pixel gesehen und dachte mir, ich schieße da mal drauf. Ja. Hier liegen noch ein Haufen Platten. Ja. Wirf gleich hierher. Kommt! Wo? Orange Mark. Okay. Ist, glaube ich, wieder umgedreht. Keine Garantie, ich habe es jetzt nicht ganz gesehen. Ja. 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 Da oben ist noch einer. Oh, da ist noch einer. Broke. Ach komm, ich gebe zu viel. Junge, warum sterben die? Da brauchst gar kein Lead geben, das sind kaum 100 Meter dahinter. Ja. Warum sterben die denn nicht? Einer bei blau, einer rechts vom blau. Ah, was? Das hätte ein Herzschutz sein müssen. Ja. Was? Oh, die war zu früh. Oh. Einer Torte. Ja. Er ist ausgestiegen. Ja, das Fahrzeug hat auch nichts mehr. Ich weiß es mal kaum, ob den du siehst. Ach komm! Mann! Läuft nach rechts weg. Ja. Ist jetzt hier dahinter. Ich steig wieder in. Fahrzeug aktiviert. Sheep broke. Heave. Der impact da. Der steigt die ganz... Der hat sich nicht aufgeregt. Der ist tot. Echt? Der konnte nicht aussteigen, weil das Fahrzeug gebannt hat. Ich habe hier meine Prox mine gelegt. Ja, also hier sind... Der ist einer oben drauf, oder? Echt? Auf dem Turm oben? Auf dem Wasserturm, meinst du? Ich dachte der Punkt wäre... Ja! Da ist einer oben drauf. Das ist ein Ziel für dich. Ich kann ja ansonsten auch prezen, da muss er runter. Ja, jetzt warte mal. Vielleicht piekt er nochmal. Glaubst du wirklich, dass der repeekt gegen einen Sniper? Also gegen eine eigene Sniper? Ja. War das deine Tür? Ja, ich habe unten. Ich habe mich ins Klo. Damit ich besser einen Winkel habe. Ja, ne der... Ich meine, der hat auch einen Sniper, aber er repeekt nicht. Ja. Ich kann ihn runter holen. Mei, im Moment ist der noch keine Gefahr. Vielleicht ist das... Der Ding irgendwann sinnvoller. Später noch. Wir haben Gas in die Richtung. Jetzt müssen wir kommen. Jetzt snappt er wieder. Geht sich nicht. Alter, wat? Jawoll. Genau so nämlich. Lauf, 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 lauf. Gas, 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 gas. Jetzt zieh diese Kirche. Ja, in der Kirche ist jemand, genau. Alter, wenn es in der Kirche endet, dann sind wir am Arsch, weil die Kirche ist übel. Ich kenn die Null. Ich auch. Also ich kann dir jetzt schon mal sagen, es gibt im Hauptschiff, im Mittelschiff, gibt es noch einen ersten Stock, eine Empore, wo man über Treppen im Seitenschiff hochkommt. Okay. Vielleicht haben wir Glück und der Zone-Pull kommt zu uns. Ja. Ach, natürlich. Hier entlang, oder? Shit. Achtung, aus der Kirche jetzt. Ja. Ja. Ja, ich geh links runter. Alter, no chance. No chance. Nein. What? Your team in KIA, it's up for you now. Kann nicht ein Truck ansteigen sein. Ahem. Ah, scheiße. Ich hab gar nicht auf den geschossen, der mich erschossen hatte. Scheiße. Die hat nur zu mir geschossen, weil ich jemand aus der Richtung auf ihn geschossen hat. Ach, scheiß doch die Wand dann. Leider verpasst, wie der über die Brücke gefahren ist. Hätte ich easy wegholen können. Entfernen einegliung, versettering malier verpasst, Dauer dumpf ins Assis. Seitdem ihr einfach kam kurz und schmerzlos, den hätten wir Colt und schmerzlos nicht wirklich reden können es war aber auch schon wieder knapp Gallo gegen Pharah oh mein Gott, einfach Glück gehabt, dass wir viel in den Kopf getroffen haben drei Stück gleich bin jetzt mal gespannt da kommt einer runter da kam einer runter selfless haben wir schon ok einer in Farmland, zwei bei Port Gasmaske haben wir einer bei Farmland, zwei bei Port, einer hier unten an der Küste der an der Küste könnte hier noch herkommen das heißt aber wir können jetzt in den No-Rod gehen und uns ghosten was ja beghostet ist ich habe mich gerade nicht aufgepasst, das hat mich gerade fast das Leben gekostet eieieieieiei war das der gleiche ja, seems to be so geht jetzt entweder in den Keller oder salzig hinten hoch, das sehen wir jetzt gleich hatte aber anscheinend keinen Sniper, sonst hätte er nämlich mit einem Sniper auf mich geschossen die sind die Pütter oi Franzosen also wirklich meiner Erfahrung nach, Franzosen sind die ersten die dich beleidigen wenn du sie tötest egal wie du sie tötest ohja gucke hier kommt mit dem vehicle das war nicht der gleiche, der tauchte nämlich nicht wieder auf dem Radar auf oh oh Alter Nicht im Ernst, oder? Ja, jetzt wird's hässlich, weil zwei Platten... ... und kein Selfriss mehr. WTF?! WTF?! Ich hab keiner... Aber der hat die bessere Pose hier auf mich. Der weiß genau, wo ich bin. Wir müssen nur die Türe halten, ich hab noch zwei Platten. Na, wenigstens haben wir das geschafft. Das Trophy ist natürlich leider schon wieder weg. Aber wir haben den Truck. Halleluja! Vermutlich könnten wir folgen... Da oben ist einer. Ist wieder so ein Rose-Skin, Alter. Ach, geh weiter, oder? Spielen doch wieder so viele mit C4. Belastend! So!